Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du heute wieder mit dabei. Das ist bereits die 11. Folge vom SpaceCast, dem hauseigenen Podcast vom Content Creation Space in Rapperswil. Wir sind jetzt auch verfügbar auf Spotify, iTunes, Overcast, Google Podcast oder überall dort, wo du deinen Podcast hörst. Über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Was uns aber noch mehr helfen würde, ist, wenn du uns auf iTunes eine gute Bewertung geben möchtest, dann kommen wir auch dort immer einen Schritt weiter. Merci vielmals. Ganz kurz zum aktuellen Stand vom Content Creation Space. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, ich erzähle es jetzt schon zum dritten Mal. Man hat jetzt die Möglichkeit, Porträts bei uns im Studio zu buchen und zu zahlen, und zwar direkt über die Webseite. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du ein neues Portrait brauchst, dass du bei uns vorbeikommst und das online buchst. Der zweite Teil, den ich gerne noch erwähnen möchte, ist die Eröffnung am 1. April 2019. Sie ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Ihr könnt auf contentcreation.space einen Blogpost anlesen, wo alle Infos und wissenswerte Sachen drinstehen zum 1. April. Das ist übrigens kein Scherz. Wir machen wirklich auf am 1. April und ihr dürft vorbeikommen. Es gibt ein bisschen Aper und etwas zu trinken. Meldet euch an. Das ist unbedingt notwendig, dass wir wissen, wie viel zu trinken und zu essen, das wir bestellen dürfen. Dann, alle Folgen und Show Notes vom Podcast findet ihr auf contentcreation.space. Der Spacecast will ohne Werbung auskommen. Für das haben wir ein Patreon eingerichtet. Das findet ihr unter patreon.com slash contentcreationspace. Unter allen Patreon-Unterstützen verlosen wir im Januar 2020, wenn sie mindestens sechs Monate dabei waren, einen ganzen Tag im Space mit Karin und mir. Wir würden dich dabei unterstützen, Content für dich zu kreieren. Ihr seht, es lohnt sich. Das wäre es auch schon gewesen mit dem Intro. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Er ist noch Student und Social-Media-Spezialist. Und sein Name ist Robin Pickis. Hallo, Robin. Hoi, Boris. Danke nochmal für die Einladung hier. Sehr gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Du kannst dich doch ganz kurz mal vorstellen, einfach so wie du das Gefühl hast, was die Leute müssen über dich wissen. Okay, cool. Ja, ich bin Robin Pickis, 25, ich bin ursprünglich aus Nidwalde, wohne jetzt seit neuestem in Zürich. Ich arbeite im SRF als Produzent von der Morgenshow 2 am Morgen. Seit drei Jahren habe ich auch meine eigene Social-Media-Seite, unter anderem Schweizerkiste. Jetzt, vor einem Monat, habe ich auch eine Firma gegründet, die Social-Media-Agentur. Und mache nebenbei gerne Musik, gehe gerne raus, fotografiere. So ein bisschen so. Das ist eigentlich das Wichtigste, was wir wissen müssen. Das ist schon relativ viel. Ich glaube, wir gehen dir mal auf die einzelnen Themen ein bisschen ein. Gerne. Du bist auch noch Group Fitness Instructor, habe ich gesehen. Ist das noch aktuell oder nicht? Das ist insofern nicht mehr wirklich aktuell. Auch nicht mehr? Auch nicht mehr. Nein, diese Ausbildung habe ich vor vier Jahren gemacht. Das hat mich natürlich schon auf dem Weg ins ganze Fitness noch mehr integriert. Aber in diesem Sinn nicht. Aber was all das, was ich mache, eigentlich gemeinsam hat. Ich wollte ja auch Sportlehrer werden. Ja, genau. Das gefühlt dich dort ein bisschen an. Ja, genau. Und ich unterrichte halt gerne Leute. Ich gebe gerne etwas mit. Ja. Und aus dem Grund habe ich das gemacht. Also ich habe Spass an Bewegung, ich habe Spass an Unterrichten. Okay. Und das ist wie einfach eine weitere Facette von mir, die ich gerne zum Ausdruck bringen wollte. Und ich würde es, glaube ich, schon noch machen, wenn ich mehr Zeit habe. Ja, die kalben Zeit. Ja. Was ich auch gesehen habe, und da kommen wir zu den nächsten Facetten, und ich habe recht gestaunt, als ich ein bisschen recherchiert habe nach dir. Du bist auch noch DJ. Genau. Und jetzt fragst du, ist das noch relevant? Das ist in diesem Sinn auch nicht mehr so relevant. Aber was auch wieder dort, auch das wieder Facetten. Und das ist etwas, und dort kommen wir auf einen Grund von meinem Wesen eigentlich, was ich wirklich gerne mache. Ich stelle gerne Sachen für Leute her, ich stelle gerne eine Erfahrung oder irgendein Event. Oder sei es mit irgendetwas, wo ich gerne den Leuten eine Freude mache. Und das ist wirklich tief aus dem Inneren gekommen, als ich 16 Jahre alt war. Ja. Musik ist meine grosse Leidenschaft. Ja. Und ich habe dort wirklich klein angefangen, in Nidwalde aufzulegen. Und nachher so ein paar Partys in Luzern konnte ich aufzulegen. Okay. Und bis ich dann nachher in Zürich wirklich in grösseren Clubs auch aufzulegen konnte. Was für eine Stilrichtung hast du Musik gemacht? Damals war es so wirklich Elektro House, EDM, wo das eigentlich so ein bisschen... Ja, auf dem aufsteigenden Arsch gewesen ist, wo das wirklich so im Trend gewesen ist, sagen wir es mal so. Und habe dann auch angefangen zu produzieren, Musik produzieren vor sechs, sieben Jahren. Und das ist bis heute ein integraler Bestandteil von meinem Leben. Ich habe gesehen auf Instagram, unter deinem Account Robpick, hast du gerade kürzlich vom Nemo einen Remix gemacht. Genau. Ist das ein offizieller, den du für den Nemo gemacht hast? Oder ist das etwas, wo du einfach gesagt hast, darf ich mal Stems an, damit zu arbeiten? Das ist wirklich... Also, ich habe jetzt viel Remix gemacht und das ist jetzt auch wieder so einiges, was ich einfach gemacht habe. Also es ist am Freitag, glaube ich, am 15. Januar ist das neue Lied rausgekommen. Und ich habe das gehört und ich habe gerade instantly gefunden, da fehlt noch irgendwie, da muss ein Beat rein. Ja. Und ich habe einfach das Lied runtergezogen und ich habe nicht gefragt nach Stems, nichts. Ich habe einfach... Du hast einfach das genommen. Genau, ich habe es genommen und ich habe es fünf, sechs Mal durchgehört, habe dann alle Sachen rausgeschnitten, die man isoliert brauchen kann. Und aus dem nachher habe ich dann den Remix gemacht. Ja, da geht er einfach mal so. Das hat gerade klickt gemacht. Das ist wirklich, das ist gerade klickt gewesen. Normalerweise geht das nicht so schnell, aber ich habe dann wirklich über das Wochenende den Remix fertiggestellt. Und den dann rausgegangen und natürlich auch mit dem Nemo, also ich kenne den Nemo auch und habe dann gefragt, hey, wäre das vielleicht etwas für das Label. Bei den Labels ist es halt aber auch immer recht schwierig, um dort dann einfach als Aussenstehende reinzukommen und hey, ich kann den Remix dann mal releasen. Also es ist so wie... Du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, der so auf Labels zugegangen hat. Und das ist dann so ein Hin und Her gewesen und auch bei einem früheren Lied vom Nemo habe ich auch schon ein Remix gemacht und dort ist genau das gleiche Thema gewesen. Anstatt mir jetzt zu viele Gedanken machen, habe ich den einfach rausgegeben und der, der Freude daran hat, hat Freude daran. Okay, mega spannend, mega spannend. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Kern von unserem heutigen Interview auch. Und zwar habe ich in einem Interview bei der Migros gelesen, das war im Migros Magazin. Du warst früher ein bisschen der Klassenclown, ist das gut oder schlecht für dich, wenn du das so gelesen hast in diesem Artikel? Du warst schon damals ein bisschen der Klassenclown, der die Leute unterhaltet und immer ein bisschen den Witz reisst. Wie hast du das damals wahrgenommen? Damals ist es wirklich so ein bisschen aus einem Grund entstanden, weil ich einerseits gerne Leute unterhalten, aber andererseits auch, weil ich zu wenig Selbstvertrauen hatte. Dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt da den Coolsten spielen, dass die Leute mich anschauen und finden, hey, das ist ja der Coolste, das sehe ich da. Also es war so ein bisschen zweischneidig schwer. Und ich glaube, es war weder gut noch schlecht. Also es war sicher gut, weil irgendwie in dem Sinne, ich bin dort schon nachgegangen, was eine Facette von mir war und das ist die Leute unterhalten. Und schlecht im Sinne von, dass ich mich zu wenig auf die Schule konzentriert habe. Also ich war dann wirklich so einfach in der Klasse gewesen und jeder Moment ist für mich eigentlich so der lustige Moment gewesen. Oder ich habe so gefunden, hey, können wir da mal nicht ein bisschen lockerer machen? Oder ich habe irgendwie einen Witz aufgeschrieben und die am Kollegen irgendwie weitergegeben. Also ich bin konstant eigentlich wirklich nur irgendwie scheisse am Machen gewesen, sagen wir es so. Für mich war das etwas ähnlich. Ich war eigentlich immer ein bisschen Aussenseiter durch das. Ich war immer sehr laut, ich habe eine gewisse Unsicherheit in mir hineinträgt. Und damals war es für mich eben eine Schwäche. Also ich habe eben mit dieser Unsicherheit, mit der lauten Art, mit den Sprüchen, die ich gemacht habe, dann bin ich eine Art wieder Aussenseiter geworden und dadurch auch vielleicht gerade die beste Schulzeit gehabt. Aber ich habe jetzt die vermeintliche Schwäche zu einer Stärkung gemacht. Also ich höre jetzt immer noch genau gleich laut. Ich mache immer noch genau gleich dumme Sprüche und die, die mich mögen vertragen, vertragen mich und die, die nicht, nicht. Oder es ist so eine Art wie, ja, eben das Zweisichtschneidigschwert, das hast du auch gesagt. Aber ich kann es jetzt einsetzen. Das Reden, das ich so liebe, kann ich einsetzen. Und das ist grossartig. Also von dem her, das hat ja dann für dich dann wahrscheinlich auch noch etwas verändert. Also du bist älter geworden. Woran hat das dann geführt in deinem späteren Leben, dass du immer so ein bisschen der Witzli-Reisser gewesen bist? Wie hat sich das dann später entwickelt? Also es ist einfach noch spannend, weil bis wirklich bis zu dem Interview von dem Mikromagazin habe ich nie wirklich über das Nachdenke. Oftmals würde ich die Frage stellen, ja, bist du dann immer schon lustig gewesen, irgendwie so? Und ich habe dann dort so wie gefunden, ja, nein, nicht speziell. Und dann, ah, mal doch, ja, in der Klasse bin ich auch immer so der Lustige gewesen und habe Witz gemacht. Und ich habe dort damals, also als ich 13, 14 war, ich habe zwei Seiten voll mit so schlecht übersetzten deutschen Sprichwörtern auf Englisch. Also irgendwie kannst du mir den Buckel runterrutschen und dann habe ich es Wort für Wort so auf Englisch übersetzt und so eine ganze Liste gekannt. Ich habe das einfach aus Spass gemacht und meine Freunde hatten Spass an dem und hatten Freude an dem, aber für mich ist das einfach so wie ein Zeitvertrieb gewesen. Und jetzt rückblickend, es ist dann wirklich erst, als ich dann wieder angefangen habe mit dem ganzen Online-Social-Media-Witzli, wo das wieder eigentlich fürgekommen ist. Aber ich habe mir nie aktiv Gedanken gemacht, ah, okay, das ist, ich habe das in mir drin und das kommt jetzt zum Vorschein. Sondern es ist dann einfach mal wirklich gekommen. Und woran hat das dann geführt? Also was hast du denn gemacht mit diesen Sprüchen? Wo hat es angefangen bei dir mit dem Social-Media? Das hat alles angefangen mit der App Jodel, vielleicht kennst du dich noch. Ja, kenne ich, ja. Und dort war anfangs ein rechtes Studenten-Hype, also in der ganzen Schweiz, eigentlich auf allen Universitäten, war das Ding, das App. Die haben das auch recht gut promotet und ich habe dann so wie gefunden, ah, das ist sicher wieder so, wenn alle Kollegen, ja, lass die Jodel runter. Und ich bin halt so ein bisschen verhalten, was das angeht und habe so gefunden, ja, keine Ahnung. Bis ich dann wirklich, bis ich gedacht habe, okay, ich gebe dir mal eine Chance und bin draufgegangen und habe das eigentlich recht interessant gefunden. Und ich habe dann so wirklich das Potenzial gesehen, weil eine neue Art irgendwie, nicht unbedingt eine neue Art von Humor, aber von der Aufbereitung, wie es daherkommt, vom Gefühl, das es einem gibt, wenn man das konsumiert. Und ich habe recht schnell irgendwie ein Potenzial in diesem spezifischen Humor, in dieser Aufbereitung gesehen. Und ich habe dann so wie gefunden, also, ich muss irgendwie, muss ich einen Weg finden, um das zu sammeln. Und ich habe das zuerst, ganz am Anfang, habe ich das in einem kleinen Rahmen gemacht, die Gespräche gesammelt, nachher meinen Kollegen weitergeschickt. Und dann, bis ich so wie gefunden habe, okay, ja, wenn ich jetzt meinen Kollegen fünf Sprüche am Tag schicke, dann kann ich das gerade so gut auch einfach, kann ich eine Facebook-Page machen und das einfach dort aufgeladen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann, das hat der Jodel Best of geheissen. Okay. Und die ist dann innerhalb von zwei, drei Monaten, ist die auf 10'000 Likes angestiegen. Okay. Und ich habe das aber, und was da so der Unterschied war, ist, ich bin früher, gerade auch wenn wir auf das zurückkommen, was du gesagt hast, dass man unsicher ist. Ich wollte mich dann immer, ich habe mich wie immer ein bisschen über meinen Wert verkaufen. Also ich habe dann immer so den Kollegen gesagt, ja, ich bin jetzt an dem dran oder jetzt DJ oder ja, der Klub hat mich angefragt. Aber es war nie etwas Konkretes und ich bin dann recht oft auf die Schnorre gegangen, weil ich so wie riesen Versprechungen gemacht habe und am Schluss ist gar nichts gewesen. Und das ist das erste Mal gewesen, wo ich dann so wirklich gefunden habe, nein, ich sage niemandem, kein Wort, bis ich, bis wirklich die Resultate, bis es so, bis es so unumgänglich ist, ist, dass die Leute das erfahren, dass ich das bin. Okay. Und das ist das erste Mal gewesen, wo ich wirklich gefunden habe, let the results speak. Mhm. Und habe dann sehr viel Zeit einfach in das investiert und es haben wirklich nur meine aller, also zwei, drei Leute von mir haben es gewusst gehabt. Dass du das bist. Genau. Und dann ist das nachher grösser geworden und habe dann wie das App auch selber recht cool gefunden, habe Potenzial drin gesehen, habe Jodel kontaktiert, weil ich gefunden habe, hey, ich möchte mich noch einbringen. Und das ist dann auch wirklich so wieder wie der Drive gewesen, den ich dann gespürt habe, dass zum da etwas verändern. Und habe dann zwei Stunden lang mit denen geskypt und die sind dann völlig hin und weg von den Ideen, wenn ich das App weiterbringe, weil ich natürlich recht viel Insights hatte in die Communities und so. Also, dass sie mich auf Berlin eingeladen haben. Oh, okay. Und bis sie mich eigentlich angefragt haben, hey, willst du für uns arbeiten, willst du das Social Media für uns machen? Und das war dann im April 2016, glaube ich, wo sie mich dann in dem Sinn angestellt haben. Und ich bin von zu Hause aus einfach, habe dann gearbeitet und mehrere Stunden am Tag habe ich in Sprüche investiert. Und habe eigentlich dann ihre Social Media-Site, also damals Facebook, habe ich dann betreut, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dort hat auch recht viel über das ganze Social Media, wie das funktioniert, wie verschiedene Communities funktionieren. Deutschland, Österreich, Schweiz ist komplett anders. Also du kannst zum Teil den Gleichspruch bringen und der funktioniert in der Schweiz mega gut. Deutschland weniger und Österreich gar nicht. Und wenn du aber ein Wort ein bisschen umsetzst oder irgendein anderes Wort brauchst, dann funktioniert es plötzlich. Und das sind so die ganz kleinen Finesse, die ich gelernt habe, die einen riesen Unterschied machen. Okay. Und dadurch habe ich dann das Gespür für Social Media bekommen. Mhm. Und nach einem Jahr, also es war dann recht erfolgreich, also ich habe irgendwie 30'000 Likes angefangen, wenn wir jetzt von diesem Like-Zeug reden und habe es nachher auf eine Million auf den Post von Jodel gepuscht. Und das war in dieser Zeit noch, als Facebook wirklich floriert hat, wo man Organic noch recht viel reissen konnte. Und bis ich dann wirklich gefunden habe, das passt mir nicht mehr da und ich damals meinen Instagram-Channel, welches Jodel best of geheißen hat, umgeändert habe in Schweizer Kisten. Mhm. Was jetzt mittlerweile seit drei Jahren bestand. Und habe das dann wie auch eigentlich vom Jodel-Branding lösen, weil ich wie mehr dahinter gesehen habe, weil sonst wäre ich wie gebunden gewesen an das Jodel-Universum. Ein bisschen freistellen. Genau. Und ich habe die Idee gehabt, um dann auch Videos zu machen und das Ganze auszubauen. Und wenn du dann irgendwie an eine Marke gebunden bist, dann schränkst du dich recht ein. Und das war dann ein schwieriger Schritt, um in dem Sinn von einer bekannten Marke, wo ich auch recht profitiert habe, muss ich sagen, zu lösen. Und dann, ja, eigentlich wirklich, es hat sich wie eine Wiedergeburt angefühlt. Also ich bin dann plötzlich so eigentlich nackt dort gestanden. Ich habe dann auch mein Gesicht gezeigt und habe dann auf einen Schlag 15'000 Leute verloren. wo ich dann zu dieser Zeit, wo ich mich recht abhängig von dem ganzen Leibzeug gemacht habe, ist dann recht kritisch gewesen, weil ich so wie fand, scheisse, es sind jetzt 15'000 Leute abgesprungen. Nur, weil ich mein Gesicht gezeigt habe. Also es ist dann so wie jegliche Logik oder weiss ich was, ist dann völlig abhanden gekommen. Es ist dann wirklich nur noch emotional geworden. Und bis ich dann so wie gemerkt habe, ja nein, wenn plötzlich ein irgendein neuer Post kommt und ein neuer Design und du wirst den Typen noch nie sehen und dann denkst du, was ist das für eine Seite, den habe ich nicht abonniert, den werde ich gerade abonnieren. Ja, genau. Klar, und das war eigentlich so wie ein Rückschlag gewesen. Aber dadurch, dass ich aus dem nachher einfach weitergemacht habe, hat sich das wirklich gefestigt, dass ich jetzt auf dem Weg bin, wo ich jetzt bin. Wie hast du das geschafft, dort nicht aufzugehen und zu sagen, fuck it, ich gebe gerade auf. Was war der Antrieb, dass du gesagt hast, ich mache gleich weiter? Also das war ja ein Rückschlag gewesen, aber irgendwie musst du dann sagen, okay, ich mache gleich weiter. Was ist dort? Ich glaube, das ist wirklich, weil ich an das ganz Grosse gedacht habe, also weil ich wie die Vision gehabt habe, von was ich möchte, dass es wird. Und ich jetzt wie gesehen habe, okay, das ist jetzt ein kleiner Rückschlag gewesen in dieser Zeitskala von, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren. Und dann muss ich jetzt irgendwie mit Verlust rechnen. Aber im Grossen und Ganzen bin ich immer noch. Und das ist dann so wie, ich kann es von einer anderen Perspektive dann plötzlich gesehen. Es ist dann so wie, am Anfang gesehen, okay, ich habe 15'000 Leute verloren, aber dann habe ich gesehen, aber es sind immer noch 180'000 da. Also es ist dann so, man fokussiert sich im Leben recht schnell so ein bisschen auf das Negative, so oh nein, jetzt habe ich das nicht oder das verloren. Ja. Aber wenn man dann plötzlich mal so ein bisschen raussteht und merkt, ah nein, aber das Ganze habe ich ja immer noch. Also es ist immer noch recht viele Leute. Und das ist dann so wie, okay, also, machen wir weiter und es wächst ja immer noch. Und auch wenn, und ich kann dann wirklich so ein bisschen damit pokern, auch wenn ich jetzt auf den 180'000 stehen bleibe, es ist immer noch sehr, sehr gut. Was läuft denn besser bei dir, Facebook oder Instagram? Instagram. Also es war am Anfang wirklich so, Facebook. Und das hat sich halt jetzt auch geändert. Jetzt ist Instagram. Und jetzt 2019 wird Instagram auch nicht mehr so gut laufen. Also Instagram wird auch in diesem Sinn runtergehen. Ja. Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Das ist rein profitmässig seitens Facebook, weil sie jetzt merken, es wandern alle von Facebook ab auf Instagram. Jetzt sind alle Leute auf Instagram, jetzt können sie dort langsam am Algorithmus schrauben und mehr Ads schalten und mehr so und so Funktionen. Und ich glaube, am Schluss vom Tag dürfen wir nicht vergessen, weil viele Leute sind dann irgendwie traurig darüber und hässig, dass jetzt Instagram ist jetzt auch so wie Facebook und es wird immer schlimmer. Aber schlussendlich dürfen wir nicht vergessen, dass es eine gratis App ist. Ja, das ist so. Und wir haben alle eingewilligt, alle, die eine App brauchen, in ihren Terms und Conditions. Also es ist Schluss am Ende. Wir haben immer noch die Entscheidung, ob wir das brauchen wollen oder nicht. Ja, natürlich, das ist so. Jetzt einmal, wenn man so deine Sprüche liest auf Schweizkisten. Also es gibt keinen einzigen, wo ich nicht schmunzeln muss. Das ist eine Art, man erkennt sich dort drinnen wieder. Man merkt, man hat im Leben einmal die Situation erlebt. Man hat sich einmal genau dort drinnen befunden. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wie kommt der auf diese Sprüche? Weil man hat ja alles schon erlebt. Wie nimmst du dein eigenes Leben wahr, dass dir das nachher so im Kopf bleibt, dass du es niederschreiben kannst, und zwar Wort für Wort, so wie es kommt? Wie funktioniert dein Kopf und deine Wahrnehmung, dass du genau so Sprüche bringen kannst? Ich glaube, es ist recht, man muss so ein bisschen ein Offenungsmindset haben. Man muss konstant irgendwie, also es passiert einfach. Also es ist jetzt nicht mehr, ich mache es klar so, ich habe genau so eine Denkweise. Sondern es ist einfach, es hat sich wahrscheinlich so eingelaufen irgendwie. Und ich glaube, man muss einfach relativ offen sein für alles, was passiert. Und dann irgendwie beobachten, so, okay, die drei Jugendlichen lachen jetzt gerade über das, weil das passiert ist. Und dann hast du vielleicht eine Woche später, wo das wieder passiert, aber es passiert irgendwie die Mami und sie lacht darüber. Und dann ist es so, okay, jetzt hat sie irgendwie eine Connection. Und dann fahre ich es einfach aufschreiben und dann auch einfach verbinden mit dir selber. Hast du das schon mal überall erlebt? Und es können wirklich mega banale Sachen sein. Also ich glaube, ich bringe gerne so ein Beispiel. Und ich finde es selber, ich finde es nicht hochstehende Sachen. Also es sind wirklich, eigentlich ist es das Allerniedrigste von Humor, beziehungsweise es ist einfach wirklich so, man sieht sich wieder, wie du gesagt hast. Also so, das habe ich auch schon mal erlebt. Und nur schon das, ich glaube, das löst in den Leuten recht viel aus, so das, aha, es geht nicht nur mir so. Also man hat recht oft das Gefühl so, ah, ich bin so komisch, das passiert sicher nur mir. Und dann liest man das und dann so, aha, ja, voll, genau das. Und dann hat man so wie eine Verbindung. Und ich glaube, diese Mikroverbindung, das ist so recht etwas Starkes. Und zum Beispiel eben, und es sind recht oft die Sprüche, der Moment, wenn oder wenn du, bla bla bla. Ich meine, es kennt jeder, wenn man irgendwie im Stress ist am Morgen oder weiss ich was, man muss sich umziehen und dann hat man das Handy irgendwie daheim, man schaut Zeit und dann, willst du irgendwie noch ein neues T-Shirt anlegen und dann legst du dein Handy einfach in den Schrank hinein. Und dann, eine Minute später, hast du dann das neue T-Shirt an und dann bist du schon irgendwie in der Küche gewesen und gemacht. Und dann so, okay, jetzt muss ich zur Tür raus. Ah, wo ist mein Handy? Und dann fast, ah, wo ist mein Handy, wo ist mein Handy? Und dann liegt es an einem Ort, wo du es nie hinlegen würdest und darum findest du es nicht. Und dann brauchst du fünf Minuten, bis du es dann im Schrank findest und so, ah, logisch ist ja die ganze Zeit da gewesen. Und das irgendwie, das ist jedem schon mal passiert. Ja, genau. Und in dem Moment fühlst du dich einfach so blöd und denkst so, hey, nur ich bin so dumm. Und dann siehst du den Spruch und so, jawohl, ich bin genau, also es gibt genauso viele dumme andere Leute, wo das auch passiert. Und das Schöne ist ja, dass viele Kommentare bei dir sind eine Art Tags, also Tags von anderen Leuten. Also wo ich jetzt zum Beispiel meine Frau oder meine Kinder aufmerksam machen auf den Spruch, weil wir das entweder gerade selber erlebt haben. Und das ist ja schön, oder? Also was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast, das ist die unterste Ebene, wo den Humor verbindet über alle gesellschaftlichen Schichten, oder? Also der eine, der ein bisschen der hochstehende Humor bei den Ärzten ist vielleicht nicht ganz verständlich für den, der dann eben Bauarbeiter ist oder irgendwann durch einen Informatiker versteht, das dann vielleicht auch nicht. Aber die unterste Ebene, wo alle miteinander verbindet, dort sprichst du die Leute eben von an. Genau, genau. Und das ist eigentlich auch das Ziel von Schweizer Kisten, wo in dem Sinne, wenn man es so ein bisschen von aussen betrachten und kritisch anschauen würde, dann ist es in dem Sinne so wie eine Kommerzseite, eine Mainstreamseite. Ich kann dort wie recht für Parallelen zu der Musik schlagen. Was ich halt versuche, ist in dem Sinne wie eine breite Masse anzusprechen. Und ich vergleiche es gerne mit einer Party. Wenn du an einer Party gehst und dort wird Mainstream gespielt oder Mashup-Tunes, wie man es nennt, dann hast du dort eigentlich den gleichen Sound, wo in allen anderen Clubs, wo eine Mashup-Party oder eine Mainstream-Party ist, laufen dort auch. Das heisst, aber diese Lieder kennen alle. Das heisst, du hast diese breite Masse. Aber wenn du nur so Sachen spielst, dann ist es so wie jede andere. Wie jede andere Party. Und jetzt, was ich versuche zu machen, ist so wie die breite Masse anzusprechen, aber dann trotzdem noch meinen Touch, meinen Twist irgendwie reinzugeben. Von diesen 10-20%, die wie etwas Neues ist, etwas anderes, etwas, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Und das gibt nachher so ein bisschen das Gemisch, das ich versuche anzustreben. Aber eben, wie du sagst, wenn man es nachher zu nischenhaft macht, dann sprichst du vielleicht, wenn ich jetzt nur auf Ärztehumor würde machen, dann spreche ich halt nur die Ärzte an. Und alle anderen sind so, ja, irgendwie vielleicht schon lustig, aber ich verstehe das jetzt irgendwie nicht, weil es um keine Ahnung, um Blutbahnen und weiss ich was geht. Und das heisst, ich suche Situationen, die im Alltag passieren, die aber wie auf dem most basic level passieren, von wenn man mit Leuten interagiert, wenn man gerade posten geht. Und auf Basis von dem kann ich das nachher wie aufbauen. Du hast vorhin schon gesagt, Facebook ist auf dem absteigenden Nast genauso Instagram. Siehst du irgendeine Plattform, die sich dir gerade eröffnet, wo die Schweizer Kriste eine Art Evolution durchgehen könnte? Hast du irgendetwas, wo du das Gefühl hast, das ist der next big thing? Momentan gerade nicht. Es ist natürlich jetzt so, dass TikTok, das ist eine App für, in dem sind wirklich 8- bis 13-Jährige. Und wenn man jetzt das so hört, was, 8-Jährige haben schon Social Media, irgendwie haben sie schon Social Media Plattformen. Und so, ja, das läuft aber so schnell. Das ist für mich aber fast ein bisschen zu jung. Also ich habe mir das auch überlegt, dort eventuell etwas zu machen. Aber ich sehe ganz klar, jetzt im Moment ist es eher wirklich in Richtung Offline-Sachen. Also dass man wirklich so ein bisschen raus ins echte Leben gehen kann, Events zu schaffen. In dem sind die Marken auch offline, in dem sind beständig zu machen. Und natürlich dann Social Media dazu brauchen, um dann aufzuzeigen, hey, ich habe jetzt da ein Event, wo ich das mache. Zum Beispiel eine Idee ist, dass ich einen Turntour mache. Also ich habe jetzt diverse Comedy-Videos, die um das Thema Turnen gehen. Sport, früher in der Schule. Und ich glaube, das kennt jeder, dass er gerne mal wieder einfach so in eine Halle gehen würde und irgendwie sich einfach austoben. Also irgendein Burgenvölkis oder weiss ich, was machen. Und ich glaube, das wäre eine echt schöne Idee für die Leute, die mir folgen, um mir zu sagen, hey, mit 50 von meinen Followern gehe ich raus, mache ein Event in Luzern, da, diesen Samstag, da könnt ihr teilnehmen. Und dann lade ich 50 von meinen Followern ein und wir haben einen glatten Tag irgendwo in einer Turnhalle und ganz viel Spass. Und aus dem kann man dann wieder ein Video machen und das auf Social Media stellen. Und dann haben wir so wieder einen Rücklauf. Und ich glaube, so ein bisschen mehr in diese Richtung wird es auch allgemein gehen. Also Social Media. Also den Social Teil von Social Media wieder ein bisschen mehr zu zelebrieren. Genau, absolut. Das sehen wir eigentlich genau gleich. Das heisst wirklich, Leute verbinden, Leute miteinander vernetzen und das Reale fördern. Genau, das machst du jetzt auch. Also ich meine, du hast jetzt den Content Creation, den Space Podcast. Aber klar ist natürlich auch, dass die Leute wieder an Wettbewerden bringen und miteinander verbinden. Und dass sie Zeugs machen können nachher für Social Media aber wieder. Genau. Und das, was du gesagt hast, wirklich so Social zurückbringen ist Social. Das ist real, ja. Das ist schon wieder. Sehr schön, sehr schön. Und dann hast du noch vorhin gesagt, du bist Produzent bei «Zwei am Morgen». Für all die, die das noch nicht kennen. Was ist das und was läuft dort? Okay, also ganz kurz gesagt, «Zwei am Morgen» ist eine YouTube-Morgenshow vom SRF, die wirklich nur auf YouTube läuft. Zweimal in der Woche, am Morgen, am 6 Uhr wird das hochgeladen. Wir produzieren das vor. Und das sind sechs bis zweiminütige Videos eigentlich, wo wir über aktuelle Themen, über jugendliche Sachen vor allem. Es ist für die junge Zielgruppe 18 bis 24 hauptsächlich produziert, wo wir über solche Themen unterhaltend in erster Linie versuchen zu erzählen. Aber auch humoristisch, satirisch, informativ soll es natürlich auch sein. Wir müssen halt immer auch, also eben, wir müssen in einem Messer von unterstellen, wir haben einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Obwohl es manchmal, wenn wir die Videos jetzt so sehen, ist dann nicht klar ersichtlich. Aber manchmal muss man so wie ein bisschen über den Strang schlagen und dann im nächsten Video sind wir dann wieder ein bisschen seriöser, informativer. Und das wird von zwei Hosts moderiert. Das sind zwei Kollegen von mir, der Juli und der Armin von Unigag. Die haben auch eine eigene Seite. Und ich bin jetzt so wie im Hintergrund eigentlich hauptsächlich als Produzent tätig. Und wenn man sich fragt, was macht ein Produzent? Dann ist das eigentlich, ich schreibe vor allem Scripts. Wähle ein Thema aus mit noch zwei anderen Produzenten zusammen. Und dann bin ich natürlich auch verantwortlich für Filmaufnahmen, also mache Regie bei den Produktionstagen, schneide dann auch Sketches zum Beispiel, spiele dann aber auch in den Sketches mit. Also es ist sehr vielseitig. Sehr vielseitig, ja. Und das ist einerseits recht schön, es wird wirklich nie langweilig. Und es ist alles immer lustig. Es ist, wir haben so viel Spass und wir werden fast ein bisschen gehasst von den anderen Leuten irgendwo rundherum, weil wir immer, sie sind so laut und lachen die ganze Zeit. Und, aber das ist wie, das ist, also eigentlich, wir könnten unsere eigene Comedy-Show im Büro schon fast machen. Also es läuft immer irgendetwas. Und gleichzeitig aber dann auch ist es recht streng, weil du irgendwie überall musst sein, als Produzent jetzt vor allem, eben so, okay, Startscript jetzt wirklich, Filmaufnahmen, haben wir alle Kameras richtig gesinkt, mit den Picture-Profiles, so, okay, und, 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 du musst wie an 15 verschiedene Sachen denken und das kann recht überfordernd sein. Spannend, spannend. Ja, aber sehr, sehr spannender Job auf jeden Fall. Also man sieht auch ein bisschen, dass man, dass dort eigentlich die neue Leidenschaft entdeckt hast für dich, also auch mit dem Jobangebot vom SRF, oder dass du jetzt den Wechsel ein bisschen gemacht hast. Ich finde aber den Loop wieder schön, den du jetzt bringst, mit dieser Idee von wegen der Turnhalle, oder, dass wir nachher dann nie gerade turnen gehen. Ich empfehle, all denen, die älter als 30 sind, tun euch doch anständig aufwärmen. Ich bin letztens mit meinen Kindern im Bounce Lab gewesen. Das ist so eine Halle, wo nur die Dampoline rum sind. Und haben mir einen Hexenschuss geholt. Also dementsprechend ältere Generationen. Ich würde sagen, also wirklich auch U25 seriös einwärmen, vorbereiten, und nicht einfach kalt gehen, umspringen in der Turnhalle. Das könnte schief rauskommen. Aber ihr habt den Robin dann vor Ort, der wird euch dann mit seinem Know-how sicher drin führen können. Was ich noch für eine Frage habe, ist, du bist ja jetzt eben, wie wir gesagt haben, auf der Basislinie vom Humor. Stossest du dann teilweise auch auf Unverständnis mit deinen Sprüchen? Ich glaube, mit der Art von Humor, die ich fahre, die wirklich so breitfächerig akzeptiert ist, ist es sehr schwierig, dass ich dort mal irgendwo auf Unverständnis stosse. Und ich glaube, dort bin ich auch zu fest Schweizer, dass ich dort ein bisschen auf die Neutralität schaue. Also wenn ich mal irgendwo gegen irgendeine Bevölkerungsgruppe schieße, dann schaue ich, dass ich im nächsten Post oder in den nächsten fünf Posts sicher mal gegen die andere Bevölkerungsgruppe auch schieße, dass sich das ausgleicht. Und da gibt es natürlich andere Seiten, wo dort eine etwas härtere Linie fahren. Und ich habe mir das wie einfach gesagt, ich bleibe dort einfach so wirklich, ich will da nicht zu gross polarisieren, sondern bleibe wirklich auf der untersten Ebene von den Verbindungen, von Momenten, die man kennt, um das wirklich so reinzupalten eigentlich. Megaspannend, megaspannend. Wenn du jetzt zurückdenkst, auf die letzten drei Jahre, wo du die Schweizer Christen eigentlich gegründet hast, was ist der schönste Moment, den du erlebt hast, aufgrund von dem, dass du so viel Zeit investiert hast mit den Schweizer Christen? Was einfach so spontan, was gefällt dir da ein? Ich glaube, das war wirklich das, wo ich mein Gesicht habe angefangen zu zeigen, wo ich Videos gemacht habe, wo mir sehr viel Spass gemacht hat, wo dann Leute mich plötzlich erkennt haben auf der Strasse, wo dann plötzlich Fotos mit mir haben wollen, wo ich dann so wie gefunden habe, hey, irgendwie recht komisch, aber dann auch wieder das Ego, das dann so sagt, jetzt hast du endlich die Bestätigung bekommen, die du verdient hast in dem Sinn, weil ich halt wirklich fünf, sechs Stunden am Tag irgendwie das investiert habe. Aber das ist dann nachher so wie wieder weggegangen, also das war sehr das Ego aufpustet gewesen und jetzt ist es einfach wirklich so, ich bin mega dankbar, dass ich das machen darf, was ich darf machen und mir so viele Leute zuschauen. Es ist dann wie von einem Moment, wo ich das realisiert habe, dass ich so viele Leute in dem Sinn darf unterhalten zu jetzt wirklich so Dankbarkeit und ich habe jetzt jedes Mal wieder Freude daran, weil wenn ich ein Video mache, dann habe ich Freude daran, wenn ich mit den Jungs, die ich einiges im Monat habe, einen Drehtag, haben wir so ein Scouti, also wir sind eben auch letztens in einer Turnhalle gewesen und haben einfach so Freude gehabt, zum Bälle rumschiessen, zum auf Matten kumpeln und dabei ist ein Video rausgekommen, wo wir sehr Freude daran hatten, um es zu machen, wo ich mir sicher bin, dass auch sehr viele Leute nachher Freude daran haben, um das zu schauen. Und das ist irgendwie so wie etwas sehr, sehr Schönes, wenn du etwas kannst machen, was du selber Freude daran hast und Leute nachher auch sehr Freude daran haben. Sehr schön. Ja, es ist eben, wenn man seiner Passion auch folgen und sich die Freiheit auch gibt, das zu machen, was man wirklich liebt, dann ist man erfüllt. Absolut. Viele suchen ja Happiness, aber eigentlich ist es die Erfüllung, die einen glücklich macht, wenn man wirklich sagt, hey, das ist jetzt super geil gewesen. Megaschön. Und es ist dann so wie recht spannend gewesen, weil eben ich habe dann, als ich das gemerkt habe, dass die Leute Freude daran haben, dann ist es, wie ich vorhin gesagt habe, da war es ein Ego-Push gewesen. Ja. Und dann bin ich wie nach dem Ego-Push aus gewesen, so, okay, jetzt muss ich möglichst viel rausgehen, damit mich die Leute erkennen und mir sagen, wie cool sie es finden und dann finde ich mich selber mega cool und bis ich dann so gemerkt habe, ja nein, das macht dich so wie kaputt und eigentlich, es ist völlig egal, wie viele Leute es eigentlich cool finden, weil ich selber habe Freude daran und ich glaube, das kennst du vielleicht auch mit deiner Fotografie, du selber hast extrem Freude an diesen Bildern und es ist wie an Momente an Erinnerungen geknüpft und dann ist es eigentlich in dem Moment wie egal, ob jetzt nur du das Bild schön findest oder ob dir noch 100 Leute schreibt, hey, wow, so ein tolles Bild und 2000 Likes hat. Und ich glaube... Es war schon ein Prozess. Also Instagram hat sich verändert, Instagram hat eine Algorithmusik geführt, das Engagement wurde weniger, weniger Likes, weniger Kommentar. Je weniger Zeit, dass man investiert hat, desto weniger ist nachher ein Reto gekommen. Das war schon ein Prozess, um akzeptieren, dass sich da eine Veränderung einbringt. Aber ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich wirklich sage, ich mache es nicht wegen den Likes von anderen oder wegen den Kommentaren, sondern ich genieße den Moment, wo ich draussen sein darf und die Möglichkeit habe, die schönen Bilder zu schiessen. Das ist das, was sich bei mir verändert hat, aber bis ich da war. Und ich glaube, das ist eben auch, wenn man es vor der Makroskala anschaut, dann ist das auch etwas, das jetzt richtig ist und dass das wie auch... weil eben so viele Leute haben sich über die Likes definiert und haben es nur wegen dem gemacht. Und eigentlich jetzt... Es regnet sich alle darüber auf, dass das Engagement abgeht, aber eigentlich ist es ja wie schön, weil man dann so wie... Wenn man an einem Ort ist, wie jetzt du, wenn man plötzlich so findet, also eigentlich kommt es ja wirklich gar nicht darauf an, weil ich mache es ja eigentlich für mich. Und dann merkt man plötzlich, ob man es wirklich nur für sich macht, ob das wirklich so ist oder ob man es nur für die anderen macht. Und recht viele Leute, die es jetzt nur für die anderen machen, fallen jetzt vielleicht weg und es bleiben so wie die Leute, die vielleicht wirklich das für sich machen. Und es ist... Ein Kollege von mir, er ist auch Fotograf, und er... Und dort damals, als ich so viele Leute verloren habe, hat er mir so gesagt, er ist eine der einzigen Personen, die wirklich noch so wie ein bisschen gegen Instagram war und so. Und er hat dann so wie so gefunden, hey, schau, es kann doch auch völlig egal sein, wenn du Freude daran hast. Zum Beispiel, wenn du Tänzer bist und du hast Freude daran, am Tanzen, dann tanzest du für dich und du hast Freude daran. Und wenn du jetzt in einen Club gehst und es schaut wieder fünf Leute beim Tanzen zu und es haben alle Freude, dann hast du in erster Linie noch immer Freude, weil du... Das erfüllt dich so. Aber zusätzlich schaue ich noch fünf Leute zu. Und wenn du jetzt auf einer Stage bist, wo 100'000 Leute dich zuschauen, dann ist es eigentlich immer noch genau gleich, weil du hast immer noch Freude. Also weisst, es ist wie dann, du im Kern bist erfüllt und dann kann es wie egal sein, eigentlich, wie viele Leute dir zuschauen. Klar ist es dann schön und es schmeichelt dich. Aber wenn du im Kern in diesem Sinne ausgefüllt bist, dann ist es wie egal. Und ich glaube, das ist jetzt auch... Darum habe ich auch das Gefühl, geht es wie ein bisschen zurück ins echte Leben, weil man wie gemerkt, okay, das sind die wahren Sachen, die einen erfüllen. Das ist jetzt eigentlich auch gerade ein schöner Punkt, wo man könnte reingehen, die nächste Frage, und zwar Social Media im Allgemeinen. Findest du das ein Fluch oder ist es ein Sagen? Ich glaube, das ganze Social Media hat recht viel Kritik zu müssen einfahren. Vor allem in den letzten drei Jahren, wo ich teils finde, es ist sehr berechtigt, aber teils dann wie auch so finden, man sollte vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein mit so vorschnellen Sachen und so. Das ist jetzt das Schlimmste und das macht unsere Kinder kaputt. Weil ich glaube, Schluss am Ende, wenn man es wirklich so auch wieder auf einer grösseren Skala anschaut, das Handy, das Smartphone, in dem Sinn, gibt es wirklich erst in dieser Form seit zehn Jahren. Ja, genau. Und die ganzen Social Media-Sites, jetzt Facebook auch etwa seit zehn Jahren, und jetzt aber der ganze Hype, der jetzt gekommen ist, den gibt es wirklich seit drei, vier Jahren. Und wenn man das anschaut, drei, vier Jahre auf einer Menschheitsskala, Zeitskala, dann ist das absolut nichts. Und wir haben schon so viele grosse Veränderungen in unserer Geschichte. drei bis vier Jahre sind absolut nichts. Also ich finde erstens mal, man soll dem Ganzen ein bisschen Zeit lassen. Ja. Und das Beispiel, was ich immer sehr gerne bringen, ist, früher, als das erste Auto rausgekommen ist, sind auch mega viele Leute in der Aufruhr gewesen. Und allgemein, eben wenn Veränderungen sind, ist es immer so, das macht unsere nächste Generation kaputt und das kann es nicht sein. Und beim Auto ist es ähnlich gewesen. Es ist rausgekommen und es hat keine Regeln gehabt. Es hat keine Strassen wirklich gehabt für Autos. Man hat keine Sicherheitsgur gehabt. Es musste noch nicht wirklich richtige Prüfung, man musste abhalten. Und es war einfach ein Chaos. Und das ist eigentlich wie heutzutage beim Social Media ist auch aufgekommen und es hat gar keine Regeln. Also es ist so, jeder macht einfach irgendwie so klein und man kann sich voll in dem verlieren. die Kinder sind gefährdet und die Eltern überfordert. Und man weiss nicht zu Recht, wie umgehen. Und dann ist einfach alles mal böse. Genau, und dann ist alles mal böse. Und das passiert so oft in der menschlichen Geschichte. Genau, wenn auch zum Beispiel der Fernseher gekommen ist, haben wir auch gesagt, ja, das ist so schlimm. Und ich finde das auch immer recht lustig, wenn man so sagt, ja, es sind einfach alle nur noch am Handy im Zug. Es ist so traurig. Also ganz ehrlich, früher ist man ja auch nicht. Also wenn man Bilder von früher angeschaut, sind auch irgendwie einfach alle am Zeitpunkt gelesen gewesen. Also die Interaktion miteinander hat ja auch in diesem Sinne nie stattgefunden. Und jetzt haben wir einfach wie das Handy an den Sündenbock. Und wenn man jetzt zurückgeht auf das Beispiel von den Autos, die sind ja bis heute ist das neue Entwicklung, dass die sicherer werden, dass die sparsamer werden. Das heisst, ich finde, man sollte wie so ein bisschen mehr auf uns Menschen setzen, dass wir das wirklich auch, also wir werden das selber herausfinden, um dort Grenzen zu setzen. Also ich wünsche es uns, dass man es findet. Absolut. Und die Problematik ist jetzt einfach, weil alles exponentiell immer schneller wird und entwickelt. Und das heisst, dort wird, ich glaube, das ist das Hauptding, was wir uns anschauen, können wir mit dem, mit dem exponentiellen Wachstum von neuen Sachen, können wir dort einen Schritt halten, um uns anzupassen eigentlich. Dass uns die Technik nicht davon säckeln, eigentlich. Und darum ist es wie auch jetzt wichtig, dass jetzt, habe ich wirklich das Gefühl, dass jetzt 2019 wieder so ein bisschen eine Abkehr von dem, dass wir uns selber als Menschen, so esoterisch das auch tönt, uns wieder 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 finden und merken, was wichtig ist. Dass wir dort standhafter sind und nicht, sobald wieder etwas Neues, Technologisches kommt, dass wir uns komplett mitreissen lassen lassen lassen, und völlig uns dort verlieren. Also bewusster Entscheidungen treffen, mit was wir uns auseinandersetzen, mit was wir wollen. Genau, und dann auch bewusst werden, für was eigentlich das Handy wirklich gedacht ist. Also jetzt ist es ja wirklich, es wird für alles gebraucht, wenn wir die Zeit überbrücken, oder weiss ich was, man kann wie, man verbringt nicht gerne Zeit mit sich selber und darum nimmt man das Handy raus und verliert sich dort so ein bisschen in der Welt. Und wenn man das wie wieder, weil Instagram wieder ein bisschen runtergeht und es so blöd stönt, aber merken die Leute wieder wie, finden sie vielleicht ein bisschen wie wieder zu sich selber zurück. Okay. Spannend, spannend. Wenn du unseren Hörern noch etwas mitgeben möchtest, irgendetwas, wo sie vielleicht profitieren können davon, wo sie vielleicht irgendjemanden kann inspirieren, was wäre das? Ja, ich glaube, jetzt haben wir sehr viel über Social Media geredet und wenn man jetzt zum Beispiel ein eigenes Business hat, dass wir sehr stark dort vielleicht auch einen Wert darauf legen, dass es halt einfach wie ein weiterer Marketingkanal ist, wo man es etwas spielen, wo man Sachen dafür produzieren sei es Bilder, sei es Videos, sei es ein Blogpost oder wie jetzt du zum Beispiel einen Podcast machen. Das sind alles verschiedene Formen von Social Media. Dass das einfach wie ein weiterer Marketingkanal ist und dass es halt einfach eine Entertainment-Welt ist, das ganze Social Media, wo schlussend am Ende jeder ringt so ein bisschen um Aufmerksamkeit. Jede Seite will eigentlich so, dass du deine Aufmerksamkeit schenkst. Das heisst, du hast wie das. Also es ist eine riesige Möglichkeit, sein eigenes Business weiterzubringen, aber jetzt auch du, wie du das machst. Wenn man kreativ, wenn man etwas in sich drin hat, das man wie zum Ausdruck bringen will, dann bietet das natürlich eine riesige Plattform, um das weitermachen. Also wenn man jetzt mega interessiert ist in irgendwie, also es kann irgendetwas sein, irgendein Schweizer, keine Ahnung, mega Freude daran am Jodeln, sagen wir es mal nicht so. Ja. Und man kann selber gut jodeln, denn in der heutigen Welt, um das so wie ein bisschen rauszutragen, hat man, oder früher hat man jetzt auch für sich gejodelt zu Hause und hat Freude daran gehabt und jetzt kann man eine Kamera aufstellen und kann das ins Internet laden und es können andere Leute Freude daran haben. Und jetzt ist auch die Frage, will man das, will man andere Leute daran teilhaben, hat man vielleicht das Ziel, zum Bekanntwerden und dann kann Social Media klar dazu helfen. Ja. Und das heisst, so wie das, also Social Media ist recht ein gutes Tool dafür, ähm, und dann etwas, was mir wirklich, ich glaube, das, was mir am allermeisten geholfen hat, ist, auf die Meinung von anderen, so wie ein bisschen, ja, dass die ein bisschen egal sind. Ja. Man schlusset am Ende, man fühlt recht stark in sich selber, was man will, was man kann und wenn man dort wirklich mal an einem Ort ist, wo man nur sich selber hat und nur mal die Unterhaltung mit sich selber hat, was möchte ich eigentlich, wieso mache ich das und das dann auch durchzieht und das zwei, drei Jahre macht, dann ist man an einem komplett anderen Ort. Genau. Also auch ein bisschen, eben, also du sagst, die Meinung von anderen soll nicht so eine starke Gewichtung haben, auf das, was du machst und ob du weitermachst. Genau. Ob du dann entscheidest, weiterzumachen. Du sagst, zwei, drei Jahre, oder? Das ist eine lange Zeit, wenn man mal etwas starten möchte. Und unter Umständen Leute im Leben, die auch sagen, du spinnst doch. Das Ding ist, wenn wir, in unserer heutigen, schnellen Gesellschaft, hat man eben das Gefühl, dass zwei, drei Jahre viel sind, weil wir alles so schnell bekommen. Ja, genau. Aber eigentlich, wenn man es dann anschaut, die meisten von uns, ausser wir wirklich von einem Bus überfahren, oder weiss ich, was irgendetwas tragisches passiert, werden 70, 80, 90. Ja, genau. Und dann sind zwei, drei Jahre, ist so, hey, also, im Fall, was hast du das Gefühl, dass du irgendwie mit 35 Millionär bist, oder so? Und darum, ist so wie, die Perspektive für das Ganze fehlt, dass man so sagt, zwei oder drei Jahre, das ist viel zu lang. Zwei oder drei Jahre ist immer noch, also jetzt, ich bin 25, zwei oder drei Jahre, bin ich 27 und dann, bin ich immer noch mega jung, oder? Ja, genau. So ein bisschen, dass man sich dem vielleicht ein bisschen bewusst wird. Alle Zeit von der Welt und dass man auch ruhig mal etwas wagen soll. Ja. Und auch, wenn es nach zwei, drei Jahren nicht funktioniert hat, dann ist man immer noch erst 27 und dann kann man immer noch irgendwo zurückgehen. Wir in der Schweiz haben halt wirklich das, also ich glaube, das kannst du in fast keinem anderen Land der Welt machen, wo du dann einfach mal schnell, klar, es sind jetzt einfach krass gesagt, aber man kann wirklich recht schnell, jetzt als Student zum Beispiel, kommen wir an irgendeinen Job her, an irgendeinen Promotionsjob, wo du deine 20, 25, sogar 30 Stunden in der Stunde verdienst und dann schaffst du das mal zwei, drei Monate durch und dann hast du wieder eigentlich gut Geld und dann kannst du wieder starten oder dann kannst du wieder starten oder dann kannst du mal reisen gehen, oder? Und das ist halt so, wir sind so glücklich da, in der Schweiz, dass wir so etwas machen können und wir verlieren uns dann in den kleinsten Problemen und machen uns Probleme, wo eigentlich gar keine sind und verbauen uns den Weg, mit Problemen, wo eigentlich gar keine Probleme gewesen sind. Und wenn man das so wie mal so ein bisschen, darum sage ich immer, so wie mal einen Schritt rausnimmt, so sieht, uns da in der Schweiz und das sind alles so Klischee-Sachen, so, uns in der Schweiz geht es so gut, aber es ist wirklich so, uns in der Schweiz geht es so gut. Viele realisieren das nicht. Viele realisieren das nicht. Bis es mal wirklich irgendwie vielleicht schlecht geht und dann so, hey, es ist immer noch nicht schlecht. Also es ist so, ich muss nicht ums Essen kämpfen. Und klar gibt es auch Leute da in der Schweiz, wo wir in dem Sinne ums Überleben kämpfen, aber wenn man das so wie auch wieder in eine Perspektive setzt, dann sieht man, dass generell uns da in der Schweiz einfach so sehr, sehr gut geht. Spannend, danke für die wirklich sehr ausführliche Antwort. Wenn du jetzt noch ein Stück Content würdest, wollen empfehlen, das kann ein Buch sein, Musik, Podcast oder ein Video, was würdest du unseren Hörern empfehlen, dass sie da mal drein schauen oder drein hören? Ich glaube, was ich sehr gerne immer wieder höre, ist Gary Vaynerchuk. Er spricht viel so über ja, in dem Sinne Personal Development, Self-Awareness, recht viel auch, Social Media halt, auch recht viel, kann für viele Leute aber auch so ein bisschen abschreckend wirken, weil er sehr eine harsche Art hat. Musik, dann gerne meine Musik. Okay, los, wenn du dich verlinken kannst. Ja, natürlich, machen wir gerne. nein, sonst, ich glaube, es gibt so viele Sachen und man fragt ja immer so, was ist so dein eine Tipp für das erfülltste Leben, das man kann haben oder nehme mir etwas, das dein Leben wird verändern und es sind so wie, ich glaube, es sind ganz viele kleine Sachen, ganz viele verschiedene Bücher und ich glaube, aus allen Sachen, was ich auch so wie gelernt habe, aus allen Sachen, die man macht, die man liest, die man hört, kann man immer etwas für sich selber rausziehen. Also man muss wie einfach so wie ein bisschen offen sein für das und ich glaube, in jeder Situation vom Leben kann man wie etwas rausziehen, was einen inspiriert oder und es kommt sehr viel dann auch auf seine eigene Wahrnehmung darauf an. Wenn man offen genug dafür ist, kann man das wie auch auf sein eigenes Leben, aufs Leben allgemein kann man es ummünzen und einem in dem Sinne wie einen Benefit geben. Also es ist so wie dann offen sein, also nicht der Content, was man hört in dem Sinne ist entscheidend, sondern seine eigene Auffassung gegenüber dem. Ich glaube, das ist noch ein guter Spruch, aber irgendwann fährt man mal an und dann irgendetwas, ich frage das jeder Gast und irgendetwas schaut dann einer vielleicht und das kann der erste Grundstein sein, den man legt auf seinem Weg, der einen dazu antreibt, zum weitermachen. Man geht es ein bisschen um das, wie du das auffassst, wenn du etwas hörst, wenn du den Gary Vaynerchuk hörst oder wenn du jemand anderes hörst, einer von den Minimalists oder wie auch immer, dass du einfach eine Möglichkeit bekommst, um zu starten. Weil viele Leute haben ja Mühe mit zu starten, dass sie sagen, oh nein, das kann ich ja nicht. und darum, wenn sie vielleicht etwas gehören, was du empfiehlst, kann das sein, dass sie nachher dann sagen, das ist genau das, was ich gebraucht habe und dann legt es los. Das ist genau wie wir den Gary Vaynerchuk sehen. Also er hat mir eigentlich so wie den Schutt ins Fuddy gegeben, um etwas zu machen. Zum einfach mal loslegen. Genau. Und das kann für jemand anderes ganz anders sein. Aber für mich persönlich ist es jetzt er gewesen. Super. Wenn unsere Hörer mehr über dich möchten erfahren, wo darf ich sie in diesem grossen weiten Internet? Sehr gerne auf meinen privaten Instagram-Account at ropik. All right, den wir sehr gerne verlinken. Auch den Gary Vaynerchuk verlinken. Danke vielmals, Robin, bist du da gewesen? Danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen, um auf Rappers Willen zu kommen. Jetzt gibt es noch ganz kurz ein Auto. Und zwar, wenn du mehr möchtest erfahren über den Content Creation Space oder über den Space Cast, dann gibt es auf contentcreation.space überall immer wieder eine Newsletteranmeldung. Ich würde mich freuen, wenn ich auch deinen Namen dort lesen würde. Dann kannst du den Content Creation Space mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Ich halte es wie Robin. Ich möchte eigentlich werbefrei bleiben mit dem Space Cast, mit dem Podcast, damit die Leute etwas davon profitieren können und sich nicht mit den Werbebotschaften anhören. Und du kannst uns unterstützen mit einem monatlichen Beitrag auf patreon.com slash contentcreationspace. Das wäre fantastisch. Danke vielmals. Hast du das Gefühl, deine Geschichte ist genauso spannend wie die von Robin, dann darfst du dich auf unserer Landingpage anmelden, und zwar unter contentcreation.space slash spacecast. Dort hat es einen Knopf, dort heisst es talk at spacecast. Da kannst du deine Informationen drin schreiben und ich verspreche dir, ich werde mich bei dir melden. Das wäre es auch schon gewesen mit den elften Episoden vom Space Cast. Ich hoffe, dir hat es auch wieder gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Merci. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.